Das Qualiar-Problem. Sehen wir alle die gleiche Welt? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction of Leo und Love-Log-Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt Das Qualiar-Problem. Bewusste Wahrnehmung der Welt. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir haben uns ein Video von dem guten Herrn Manuel Hase, heißt der glaube ich, schon reingezogen. Das war glaube ich sehr gut, deswegen gehen wir da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentarchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Wie wir die Welt erfahren, lässt sich ohne Übertreibung als Wunder bezeichnen. Es ist nicht einfach nur so, dass unser Körper unglaublich komplex ist und alle Zellen miteinander funktionieren. Es ist so, dass wir die Welt bewusst erleben. Freude und Schmerz rufen nicht einfach nur gewisse weitere Vorgänge hervor, um zum Beispiel den Schmerz zu lindern oder die Freude zu steigern. Wir erleben Freude und Schmerz. Im heutigen Video geht es noch einmal um das Qualiar-Problem, welches wir im Video sehen wir alle die gleiche Welt schon einmal diskutiert haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Intro gewesen und ich würde dem hundertprozentig zustimmen, dass es eigentlich ein Wunder ist. Alleine, dass man leben darf und die Welt wieder erleben darf, ist eigentlich schon ein Wunder. Und das sollte einem eigentlich schon eine grundsätzliche Zufriedenheit und Glücklichkeit geben und uns zum Strahlen bringen. Leider leben wir in einer Welt, wo uns gesagt wird, dass wir immer Dinge brauchen. Du musst das, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, du musst dieses Auto haben, du musst so eine Frau haben, du musst das, dann bist du erst glücklich. Dann darfst du erst happy sein. Dann darfst du erst zufrieden sein. Aber eigentlich haben wir schon so viele Dinge, einfach wenn wir nur aufwachen wieder. Das ist crazy. Meine Frage in den Chat wäre jetzt, sehen wir alle die gleiche Welt? Erzähl mal. Eins in den Chat, wenn du denkst, dass wir alle die gleiche Welt sehen. Zwei in den Chat, wenn du denkst, dass wir alle eine andere Welt sehen. Dabei beziehe ich auch eure Kommentare mit ein und möchte das Problem noch einmal verständlicher machen. Übrigens lese ich immer noch alle Kommentare und möchte mich unbedingt noch mal für die unglaublich lieben Worte bedanken, die ich so oft von euch erhalte. Das ist wirklich eine starke Motivation, die Arbeit hier fortzusetzen. Spannend zu sehen war, dass es viele unter euch gab, die sich bereits intensiv Gedanken darüber gemacht haben, aber irgendwie davon ausgingen, dass sie die einzigen sind, die solche Überlegungen anstellen. Es ist aber ein ganz klassisches philosophisches Problem in der Philosophie des Geistes, welches viele bereits beschäftigt hat. Ihr seid damit also nicht allein. Es hat mich sehr gefreut, eure Worte dazu zu lesen. Viele haben zwei reingeknallt. Ich küsse euer Herz. Zu sehen, wie früh sich... Ich würde auch sagen zwei. ...einige schon solche Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel Juli, die schon in der Grundschule mit ihrer Freundin darüber diskutiert hat. Oder Lomiothi... Aber ich muss dazu sagen, dass ich glaube, dass es möglich wäre, dass wir alle die gleiche Welt sehen. Da müssten wir uns halt von unserem Programm befreien und versuchen, nur noch den göttlichen Kern zu leben quasi. Also, dass Gott extrem krass durch uns wirkt. Und wir uns quasi von uns selbst... Also, dass wir uns so frei machen von unseren Gedankenproblemen etc. pp. Dass nur noch Gott durch uns wirkt und dann sehen wir eigentlich alle das Gleiche. Dann sind wir auch alle das Gleiche. Dann hängt alles miteinander zusammen und dann ist alles eigentlich gleich. So. Dann gibt es keine Trennung, Digga. Dann ist alles eins. Vollkommen. Vollkommenheit. Weißt du? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Aber... Durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und durch die krasse Identifikation mit unserem Ich, ist es so, dass wir alle eine unterschiedliche Welt sehen. Die sogar schon mit etwa 4 Jahren ihre Oma danach gefragt hat, dort nur leider auf wenig Verständnis gestoßen ist. Denn einfach ist es ja auch nicht zu verstehen, was eigentlich der Unterschied zwischen den Gehirnprozessen und dem Erleben ist. Und auch Veri gehörte dazu. Ich weiß, dass ich mir als Kind bzw. Jugendlicher oft die Frage gestellt habe, ob andere Menschen dasselbe erleben und sehen wie ich. Zum letzten Teil des Kommentars kann ich euch empfehlen, wie im letzten Video auch erwähnt, mal auf meinem Instagram-Profil vorbeizuschauen. Dort gibt es jetzt jeden Dienstag eine neue 30-Sekunden-Buchkritik in meiner Story. Das Feedback dazu ist bisher grandios, also schaut da doch gerne mal rein. In dieser Woche habe ich dort eines meiner Lieblingsbücher vorgestellt und ihr könnt es euch auch jetzt noch in meinen Instagram-Highlights angucken. Das bewusste Erleben der Welt ist zwar eine alltägliche Erfahrung von uns allen, aber gedanklich zu erfassen, was Erleben und Bewusstsein eigentlich bedeutet, ist nicht unbedingt jedem zugänglich. Das fiel in den Kommentaren unter meinem Video natürlich auch auf. Es geht dabei nicht um die physiologischen Prozesse im Gehirn, das möchte ich nochmal ganz deutlich machen. Viele Kommentare gingen in die Richtung, wie es auch Tobias hier schildert. Wenn ich rot sehe, du kannst Gott nicht, du kannst Gott nicht denken, du kannst das hier und jetzt nicht denken, du kannst es nur erfahren, weißt du wie ich meine? Das Problem ist, dass wir versuchen alles mit unserem Verstand zu erklären, aber du musst es nicht erklären können, das hier und jetzt musst du nicht erklären können, du musst es mit deinem Gehirn nicht verstehen, du musst es erleben, du musst es leben. Das Leben lässt sich auch nicht denken, das Leben lässt sich nur leben. Das Leben, das muss den Leuten mal bewusst werden, das Leben lässt sich nicht denken. Du kannst das Leben nur richtig erleben, wenn du nicht denkst. ...bestimmte Areale in meinem Gehirn auf bestimmte Stärke beansprucht. Man kann meines Wissens nach Gehirnströme messbar machen. Wenn ich also zwei Personen dasselbe Objekt zeige und deren Gehirnaktivität messe, kann ich doch sichtbar machen, ob deren Gehirn auf dieselbe Stärke beansprucht wird. Wenn es das tut, weiß ich, dass beide Personen dieselben Lichtwellen gleich verarbeiten und kann somit sagen, beide sehen dasselbe, in diesem Fall rot. Es ist natürlich etwas vereinfacht ausgedrückt, aber es wird ganz klar, was er meint. Bestimmtes Licht fällt in unser Auge, Hirnareale werden aktiviert und dieser Vorgang wird gemessen. Aufgrund des gleichen Grundaufbaus unserer Gehirne wird es auch ähnlich auf verschiedene Reize reagieren. Das Ding bei diesem Experiment, würde ich jetzt behaupten, ist, dass wir das anders interpretieren. Vielleicht sehen wir das Gleiche, vielleicht haben wir vielleicht die gleichen Gehirnaktivitäten, aber was daraus folgt, wird immer unterschiedlich sein, wenn wir anders groß geworden sind und anders programmiert sind, sodass wir, ähm, ja, dass wir quasi dann andere Schlussfolgerungen oder dass es vielleicht andere Emotionen bei uns auslöst, beziehungsweise, dass wir andere Erfahrungen mit der Farbe verbinden. So. Die Wissenschaft ist auch schon sehr weit gekommen, wie ich in meinem Video zum menschlichen Gehirn deutlich gemacht habe. Es geht aber überhaupt nicht um das, was messbar ist. Es geht nicht um die Prozesse im Gehirn. Am Anfang des Videos sage ich, wir erleben die Welt und das ist mehr als einfach nur Prozesse im Gehirn. Es geht um den subjektiven Erlebnisgehalt. Koray hat ähnlich wie Tobias argumentiert, aber auch hier ging er auf die physiologischen Prozesse ein, die für das philosophische Problem der Qualia keine Rolle spielen. Das ist halt das, was wir Menschen gerne machen, so. Wir gucken dann, wie wir das intellektuell beantworten können, aber, äh, verlieren so ein bisschen, so, checken den Punkt dann nicht so richtig, weißt du? Zumindest kann man das so sehen. Falls ihr aber auch nach dieser Erklärung nicht überzeugt seid, dort einen Unterschied zu erkennen, dann lässt sich eure Vorstellung dem Qualia-Eliminativismus zuordnen. In dieser Vorstellung wird die Idee, dass es Qualia überhaupt gibt, aufgegeben. Von diesen subjektiven Erlebnissen zu sprechen, sei nur Ausdruck veralteter metaphysischer Intuition. In Wirklichkeit sei Qualia ein vollkommen widersprüchlicher Begriff, der im Zuge des wissenschaftlichen Fortschrittes abgeschafft werden könne. Ein Großteil der Philosophen lehnen diese Argumentation allerdings bisher ab. In der modernen Philosophie wird aber auch eingebracht, dass das ganze Problem mit der Philosophie des Geistes durch Sprachverwirrung zu keinen sinnvollen Diskussion führen kann oder sogar überhaupt erst dadurch produziert wird. In der antiken Philosophie schien es noch ganz klar, was man mit Seele meinte. Eine Seele in diesem Sinne wird zwar von den meisten heutzutage stark angezweifelt, aber es gab Zeit, was crazy ist, in dem die meisten davon ausgingen, dass der Mensch eine Seele hat. Das ist krass, dass wir in einer Welt angekommen sind, wo ein Großteil der Menschen denkt, dass wir keine Seele haben. Das ist eigentlich so sad. Macht mich gerade ein bisschen traurig, der Gell. Oder wäre es besser zu sagen, eine Seele ist? Ihr merkt, dass es auch hier schnell zu Missverständnissen kommen kann. Deshalb muss eigentlich erst mal ganz klar definiert werden, was man unter Geist versteht und unter Manche sagen ja Körper, Geist und Seele. Also er hat jetzt Geist und Seele quasi gleichgesetzt. Das Problem, was wir heutzutage haben, meiner Meinung nach, ist auch, dass wir alles extrem verkomplizieren. Weil wir denken, dass wir intelligenter geworden, intellektueller geworden sind und so viele neue Begriffe erfunden haben und neue Geschlechter und neue was weiß ich, was wir nicht alles neu erfunden haben in der heutigen Welt, dass es extrem schwerfällt überhaupt. Die Begriffe sind nicht mal mehr die gleichen für die meisten Menschen, weil wir tausend verschiedene Definitionen haben. Und dann eigentlich, was heutzutage das Einzige, was zählt eigentlich ist, keine Diskussion mit anderen oder versuchen, das intellektuell zu erzählen oder philosophisch, bla bla bla. Die Wahrheit kannst du nicht intellektuell greifen, die kannst du auch nicht jemand anderem beibringen, die musst du fühlen, Digga. Das musst du erleben, weißt du? Und deswegen ist eigentlich das Beste, was wir tun können, selber das für uns und für unser Leben zu erleben und darauf hoffen, dass so viele Menschen wie möglich auch versuchen, das selbst zu erleben. Und nicht zu verstehen, sondern zu erleben. Du kannst die Wahrheit nicht erklären. Du kannst Gott nicht erklären und du wirst Gott auch nie erklären können, meiner Meinung nach. Du kannst es nur erfahren. Es wird für dich keinen Sinn machen. Für unseren Verstand wird es keinen Sinn machen. Aber für den Kern, was du bist, weil du bist im Kern Gott. Göttlich. Ein Teil von Gott. Jeder von uns. Jeder von uns hat Gott in sich. Und du kannst das finden. Dazu brauchst du keine Informationen oder so. Dazu brauchst du keine Bücher oder irgendwas. Kann dich dazu anregen, ja. Aber am Ende brauchst du eigentlich nur dich selbst. Und am besten findest du dahin in der Natur. Also, finde ich. Auch wenn uns diese Begriffe im Alltag ganz klar erscheinen, sind sie in der philosophischen Diskussion nicht so eindeutig. An dieser Stelle könnten wir bereits die allgemeine Diskussion um verschiedene Bewusstseinserklärungen beginnen. Das Leib-Seele-Problem. Die Philosophie des Geistes. Allerdings möchte ich dazu noch ein extra Video machen. Wenn ihr jetzt schon Infos dazu möchtet, findet ihr dazu etwas in der Beschreibung. Ich freue mich auf eure Inspiration dazu in den Kommentaren und beantworte mir unbedingt oben auf der Infokarte, welches eure Weltsicht ist. Seid ihr im philosophischen Sinne Materialisten, Idealisten, Dualisten oder lässt es sich dort gar nicht zuordnen? Falls euch meine Videos gefallen, dann zieht gerne mal in Erwägung... Auch wieder Zuordnungen, die dich davon abhalten, eigentlich zu sein, was du im Kern wirklich bist. Alles, diese ganzen Sachen. Ich bin das, ich bin dies, ich bin so, ich bin so. Am Ende bist du im Kern göttlich. Das ist das Einzige, was du finden musst. Das ist das Einzige, was zählt. Alles andere sind irgendwelche Definitionen, die wieder aus dem Verstand kommen. Wieder irgendwelche Identifikationen, wo du dann denkst, oh, ich bin das und so. Da bist du wieder, das ist wieder... Du versuchst wieder jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist. Also... ...Kanal zum Beispiel über Patreon zu unterstützen, denn das soll auf Dauer die Arbeit hier finanzieren. Ich küsse deine Zählbedrüse. Liebe geht raus. Aber geiles Video, das erregt mich an, Digga. Weißt du, wie ich meine? Solche Videos regen mich immer an dazu, meine Erkenntnisse in diese Richtung mit euch zu teilen. Ich liebe euch. Lasst auf jeden Fall ein Kommentärchen da. Mich interessiert, was ihr dazu zu sagen habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.